Hallo, ich bin Lorenz Bachner, ich bin 14 Jahre alt. Ich bin Stürmer und linker Flügel. Meine bisherigen Vereine waren SV Eiching Süd. Bei FIFA spiele ich immer Manchester City und mein Vorbild ist Lionel Messi. Meine persönlichen Ziele sind Profifußballer zu werden und das Beste aus mir rauszuholen. Und das Mannschaftsziel von mir ist Aufstieg in die Regionalliga.